SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen der letzten Wochen und der neuen Variante Omikron eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern. Zusätzlich zur angekündigten Impfpflicht solle man positive Anreize setzen, fordert Rendi-Wagner nun zum Beispiel einen 500-Euro-Gutschein für alle, die mit dem dritten Stich dazu beitragen. Im Gesundheitsministerium winkt man hier allerdings ab. In der derzeitigen Impfpflichtdebatte werde der Fokus zu sehr auf das Strafen gelegt, findet Rendi-Wagner. Es wäre wichtig, ein gemeinsames Impfziel auszurufen und auch auf positive, einladende und daher zusammenführende Anreize zu setzen, meint sie am Samstag in einer schriftlichen Presseaussendung. Ihr Vorschlag, ein Gutschein von 500 Euro, der rot-weiß-rote Impf-Scheck, wie er heißen könnte, zur Einlösung in heimischen Betrieben für alle, die an einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent der impfbaren Bevölkerung mitwirken. Die Gutscheine sollen bei allen Unternehmen, die ihren Firmensitz in Österreich haben, in Österreich steuerpflichtig sind und auch tatsächlich Steuern bezahlt haben und die zu den besonders betroffenen Branchen wie Tourismus, Gastronomie, Kultur, körpernahe Dienstleistungen oder auch Fitnessstudios zählen, eingelöst werden können. Kosten würde der Gutschein laut SPÖ-Berechnung rund drei bis vier Milliarden Euro brutto, wobei die Roten darauf verweisen, dass die Nettokosten aufgrund der Rückflüsse durch Mehrwertsteuer und zusätzlichen Konsum deutlich niedriger wären und etwa den Kosten eines zweiwöchigen Lockdowns entsprechen würden. Im Gesundheitsministerium konnte man mit dem Vorschlag eher wenig anfangen. 90 Prozent Durchimpfungsrate stellen zwar einen erstrebenswerten Meilenstein dar, allerdings nach derzeitigem Stand kein letztgültiges, verbindliches Ziel. Es solle in der Bevölkerung auch nicht der Eindruck entstehen, dass eine Impfung einer Bezahlung bedarf, da allfällige weitere notwendige Auffrischungsimpfungen sonst nicht mehr ohne erneuten finanziellen Anreiz wahrgenommen werden würden, so das Statement aus dem Ministerium.